und er kommt zurück zu den letzten fünf Prozent zwei den Kurs ist so ein bisschen zugegeben das ist es noch die Zukunft die Künstler die Schmerz die Künstler zu schützen jetzt wird es zu zu die Stuttgart ist es gibt die Stuttgart die Stuttgart kippen das muss die kippen das ist das ist das ist nicht sie zu gehen zwar los was war das das ist für mich ich habe mich gerade nicht so stark beeindruckt wie ich zu dem so wir haben Karte wir müssen in der Mitte drauf irgendwie naja da oben ok das darf nicht sein Roboter Ding schon gewesen ja verdammt Roboter woher das fette Ding da wird ein Pimps haben ok Raketenantrieb startklar dann mal rein und ab dafür alter Mann das wollen wir nicht Raketenantrieb startklar meint er der Bleskowitsch ok ok das müssen wir in dem Rasche mit haben wo kommen sie denn da rein hier ach ja hier ach ja hier so ach hier so ok dann hätten wir mal ist das eine Karte für ein Zug ja ok oh super das ist überhaupt nicht lang das ist das ist das ist so wie es ist denn ich kann es nicht es ist so ich kann das ist das ist so ich kann ich weiß gar nicht die Tische Gegend sind die Kürze ich habe jetzt noch jemand oder nicht. Gehst du in beide Richtungen weg, oder nicht? Ja, rechtsweg, stimmt. Tschüss. Hardcore voll drauf, zack, weg. Ganz einfach. Eigentlich. Ah, da gibt's noch runter, nicht drauf. Ich nehm den anderen Weg. Mir gefällt mir besser. So. 10 Meter. Mal zurück. Da geht's runter. Da geht's hoch. Was darf ich jetzt entscheiden? Auf oder runter? Da geht's runter. Das ist cooler. Hoch. Das geht's einfach hoch. Hat nur Flair da oben. Ich guck mal rücken zu uns steht dem nur noch ein Rennen. Ich will jetzt mal auf dem Zug spazieren. Oh, was weiß. Tschüss. Die haben wirklich Roboter. es gibt es doch nicht wirklich ich konnte zufrieden mitschus zufrieden Ich bin dankbar. Ich kann mich einfach nur ärgern. Das geht gar nicht. Ich muss nur runter. Okay, das ist der Roboter. Ich bin unterliegt und ich bin unterliegt. Ich bin unterliegt. Ich bin unterliegt. Ich bin unterliegt. die kommen sie zu sie sind weg einfach mal weg so ist der Pleskowitschplan einfach und so durch diese die 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 das ist das ist was ist denn da los das ist das ist es gibt die die Das ist ein Teil der Lüge. Ich bin da. 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 So. Nach Munition. Ich wurde nicht. Ich muss da schnell rein. Hab ich dringende Munition vergessen? Gehendeutig. Oh mein, wir sind da. Weißt du. Das ist die falsche Ungezone. Das ist die Ungezone die ich brauche. Was sind das für die? Dinger. Das ist die Aktivierung. Das macht keinen Zahn. Das macht es ruhig. Geht's? Der ist der Waffe! Wie kann denn jeder herramientend sein? Es ist der Waffe. Eine Zahnung! Es wurde so gelegt. Wie war das? es es ich will schon mal sein Ich bin der Roboter. Oh, verballert sich um die Monition, ja deutlich. Was ist ich hier verballert? Das ist nicht normal. So. Was ist das Koste der Energie? Gute Hilfe. Oh le mec. So. Mal hier tour. Ok. Ähm, das ist schon eine Kommande zentrale, also, ne? Was ich für mich nicht steuern kann. Nicht schlimm, ne? Fast da oben ist der Zugführer, alles klar. Da wollen wir hin. Ich brauch noch jeden Fall noch. Da wollen wir rein. Tadaaa, unser Zug. So hat dir das hinter die Ohren. Ähm. Aha. Was passiert jetzt? Ich kann nicht weiterfahren, sorry. Hier. Nee, hätten wir nichts. Super, wir müssen den Weg da jetzt. Weiß. Entführe den Guter zum Kamm, aber irgendwie haben wir nichts gestoppt. Unter den Generalstaf. Ja. Wie liegt denn immer entfühlen? Das ist eine andere Frage. So, woher kommt doch? Ja. 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 zudem ob ich das sein darf so zack wir haben wir hier mal so das ist alles nicht wohl oder was ist wieder da okay Sie müssen die Bombe direkt im dreckigen Nervenzentrum des Regimes platzieren der Generalstab befindet sich über dem Gewölbe mit dem ganzen außerirdischen Scheiß bewegen Sie Ihren Arsch dorthin okay ähm die außerirdischen Scheiß genau da oben ja schau mal wo müssen wir denn hin wo müssen wir denn hin wo müssen wir denn hin da gibt es zu immer Stufenhoch da oben da gibt es 15 Alarmglocken die wir schon ausgelöst haben die wir abdrücken die wir abdrücken st die 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 alles was wir tun alles was wir geben können das könnte spannend werden was da runterkommt so die 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 Schnell. Na komm. Ist das tot? Ist das denn nicht? Hm, 나 lag ich nicht. Das ist mir zu fett. Sie stört noch. mit dem Spiel steht das ja Plattformaufzug aktiviert Na dann, fahr mal hoch Was ist denn da der Typ da? Ja, der Drecksroboter wieder Ist das bezüglich Gottes Hilfe geblieben Da war David Tschüss Die sollen so schwer zu steuern Erstmal bin ich mal weg hier So Da war ich halt auch nicht so richtig Aber es ist da Da müssen wir so eine Waffe suchen Ich sehe Heidrichs Ich sehe Heidrichs So Gut, ich muss natürlich nicht lieber vornehmen Ich bin noch nicht Ich bin noch nie Ich bin jetzt hier eine Chance. Ich bin hier zu treffen. Ich muss hier gar nicht sagen. Blitzkopf die 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da läuft doch einer! Das ist nicht Auf dem Trennungs, die Knocke Auf dem Trennungs, die Knocke Ich bin nicht mehr für gute Hier Was ist das? Was ist das? Ja, das ist okay Das passende ist nix Aber Das ist nicht das, was ich will Die Linie schon gar nicht Aber, ja, ja Ich habe ein paar Dinge Oh was Die Linie kenne nach Ich habe die Knocke Das ist toll Diese Kacke mache ich nicht Was ist das? Das ist die Falle Das ist das Das ist das Die Linie Was ist das? Das ist das Ich habe die Linie Das ist die Linie Das ist ein bisschen weg. Ich habe eine Wicht. Ich habe eine Wicht. Ich habe eine Wicht. Ich habe eine Wicht. Wicht, wicht. Ich weiß nicht, oder? Nicht wirklich. Ich bin wieder gelaufen. Ich will nicht, Daddy. Ich will hier. Der Kackt. Ich wünschte sie nicht. So. So, dass du da stehst. So, hätte ich gern. So. Das geht ja doch noch. Das ist eine Überlänge, aber... Das ist ein Wurz. Was ist das? So, das ist ein Wurz. So, das ist ein Wurz. Keineid Keineid was das Gerl ist so so danke puh so ganz kurz hin mich gehen ganz kurz Munition sammeln und ein eigener Munition sammeln hoffe ich was wir hier angenietet haben muss da Munition liegen für die nächsten vier Stunden so zack so die noch welche was da alles liegt ist das ein Traum so was hat man denn da jetzt wieder unterbrechungs das ist nix könnte eine bessere Ausbeute geben aber ja weiss also schlaft Stuttgart Stuttgart da gibt es was für uns so was bist du da ich kann nicht wissen hier ist ein Roboter da 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 kann man sie wirklich ein bisschen ausrüsten mit diesen Kisten so müssen da rüber da gibt es auch noch Kisten es ich bin verkackt diese Kisten das kann nur was sein auf die ich nicht so richtig geachtet habe weil ich sie mal brauche sind sie da wenn man merkt sie sind da so es ist keiner schade so hier ein Stück der Haxt fest im Metall ist auch geil so ähm wir wären jetzt hier müssen aber noch weiter das bedeutet wie es bedeutet wir sind weiter über der Zeit deswegen sage ich vielen vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder denn das heißt Let's Play Wolfer Stern 2 bis dahin Ciao